Ein mexikanisches Wunder, der Axolotl. In den geheimnisvollen Gewässern Mexikos lebt ein faszinierendes Wesen, der Axolotl. Dieser einzigartige Salamander verbringt sein ganzes Leben im Wasser. Mit seinen federleichten Kiemenbüscheln und seinem breiten Lächeln wirkt er fast schon mystisch. Doch der Axolotl ist mehr als nur ein ungewöhnlicher Anblick. Er kann verlorene Körperteile vollständig regenerieren. Für den Axolotl ist das Realität. Ja, denn für den Axolotl ist... Regeneration, das klingt nach Science-Fiction, nach Raumschiff-Enterprise und Zukunftsträumen, ist beim Axolotl aber ein natürlicher Prozess. Wird ein Körperteil verletzt, setzt ein erstaunlicher Mechanismus ein, wie ein perfekt abgestimmtes Uhrwerk. An der Wundstelle bildet sich eine Schicht aus Stammzellen, die alle Informationen für die fehlenden Zellen enthalten, wie ein Bauplan der Natur. Diese Zellen beginnen sich zu teilen und zu spezialisieren, wie fleißige Bauarbeiter, die ein Haus errichten. Schritt für Schritt entsteht so ein perfekter Nachbau des verlorenen Körperteils. Und das ohne Narbenbildung, wie von Zauberhand. Die Präzision dieses Vorgangs ist beeindruckend, wie ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Der Axolotl regeneriert nicht nur Knochen und Gewebe, sondern auch Nervenbahnen, Blutgefäße und sogar ganze Organe. Die Liste der Körperteile, die der Axolotl regenerieren kann, ist lang, wie die Gästeliste auf einer Hochzeit. Verliert er ein Bein, wächst es innerhalb weniger Wochen vollständig nach, wie ein abgeschnittener Ast, der neu austreibt. Sogar komplexe Strukturen wie der Schwanz, Teile des Herzens und des Gehirns können sich vollständig regenerieren. Forscher haben beobachtet, dass der Axolotl sogar mehrere verlorene Gliedmaßen gleichzeitig ersetzen kann, als wäre er unbesiegbar. Dieser Prozess ist nicht nur für Biologen faszinierend, sondern weckt auch die Hoffnung auf neue medizinische Anwendungen, wie ein Leuchtfeuer in der Nacht. Hoffnung für die Zukunft, die Wissenschaft und der Axolotl. Die außergewöhnliche Regenerationsfähigkeit des Axolotls hat das Interesse der Wissenschaft geweckt wie ein neues, unerforschtes Land. Forscher auf der ganzen Welt studieren die komplexen Mechanismen, die diese Fähigkeit ermöglichen, wie Detektive auf der Suche nach Antworten. Das Ziel, Erkenntnisse gewinnen, die eines Tages helfen könnten, Verletzungen und Krankheiten beim Menschen besser zu behandeln, wie ein Schlüssel zu einem neuen medizinischen Zeitalter. Die Hoffnung ist, dass die Entschlüsselung der Axolotl-Regeneration neue Wege in der Medizin eröffnen könnte, wie eine neue Autobahn zum Erfolg. Vielleicht lassen sich eines Tages durch die Erforschung des Axolotls Verletzungen des Rückenmarks heilen oder Organe nachwachsen lassen, wie in einem Science-Fiction-Film. Die Wunderwelt der Tiere, Superkräfte überall. Der Axolotl ist nur ein Beispiel für die erstaunlichen Fähigkeiten, die Tiere entwickelt haben. Von den blitzschnellen Reflexen einer Gottesanbeterin bis zur Echo-Ortung der Fledermäuse. Die Tierwelt steckt voller Wunder. Jedes Lebewesen hat seine eigene Überlebensstrategie entwickelt. Der Axolotl zeigt uns, zu welchen Wundern die Natur fähig ist. Es bleibt spannend, welche Geheimnisse die Tierwelt noch bereithält. Bleibt neugierig, meine Naturfreunde, und vergesst nicht, das Video zu liken und zu teilen. Ihr dürft auch kommentieren.